So Freunde, Endzeitstimmung hier bei Splatoon 3. Und nein, wir reden nicht vom Final Fest, das wurde leider nicht angekündigt, aber wir haben ein anderes Splatfest. Das Spiel selbst verrette uns das noch nicht, aber am 18. Mai bis zum 20. Mai findet ein Apokalypsen-Splatfest statt, sozusagen. Und es wird heute eine Runde Herrschaft gespielt, das finde ich doch gut. Ich spiele nochmal meine Gallen da mit der neuen Ult. Und ja, hoffentlich sammeln wir hier irgendwie einen Stern drauf, damit ich halt wieder Articards habe. Ich will das nächste Splatfest halt dafür nutzen, um eine Menge Articards zu sammeln. Also da werden wir unterschiedliche Waffen halt spielen. Ja, das Thema ist auch ganz cool, allerdings weiß ich noch gar nicht, für was für ein Team ich mich entscheiden soll. Also Weltretter werde ich bei einer Apokalypse sicher nicht sein. Hängt zwar stark von, ja, dem Weltuntergangsszenario, sag ich mal, ab. Was für eine Art Weltuntergang das dann ist. Vielleicht kann man dann ja irgendwie helfen und so, aber... Ja. In den meisten Fällen, glaube ich, kann man nicht viel tun. Ja, dann der ganz normale Alltag. Also wenn es planetarisch ist, wo man eh nichts machen kann. Ja, dann sehe ich nicht ein, warum man sich groß Gedanken machen muss. Dann geht es halt irgendwie zugrunde. Ja, das hat so ein paar Majora's Mask Vibes, ich weiß. Da sind ja auch Leute... Ja, die ganz spezielle Herangehensweisen haben, was das angeht. Ja, ich will aber ein bisschen über Filme und so reden, die sich mit Weltuntergang beschäftigen. Und da fällt mir der erste Film schon mal ein. Einer, der direkt die drei Themen quasi in einem Film vereint. Und zwar rede ich da von Don't Look Up. Ein Netflix-Film, der ziemlich cool ist. Bei dem ein Meteorit auf die Erde stürzt. Und das würde dann den gesamten Planeten zerstören. Und man hat so quasi, glaube ich, drei Monate oder sechs Monate, bis dieser Meteorit auf die Erde prallt. Und die Politik will es halt verschleiern und keine Panik zu verursachen. Ähm, ist ein sehr witziger Film. Aber auch sehr ernst. Sehr speziell. Geht ein bisschen lang. Es gibt Teile, die... Ja, die sind zu viel. Also etwas kürzer wäre der Film nicht schlecht. Ich mag ihn dann nur. Ich finde ihn gut. Gute Schauspieler. Äh, spiegelt so ein bisschen die moderne Zeit. Ja, gibt natürlich dann auch Leugner. Ja, und so, naja, da tun sich halt so Bewegungen aus, auf Impfgegner und so, in dem Genre, naja, so Vergleich. Aber die glauben halt nicht an diesen Meteorit und so. Und andere versuchen halt, davor zu gehen. Die Wissenschaft versucht halt, mit Raketen und so diesen Meteorit zu sprengen, bevor er einprallt. Ja, und dann gibt es natürlich die, die ihre Bucketlist absolvieren wollen. Ja, und da kommen wir schon auf das Thema, die Bucketlist. Sehr speziell. Äh, dass das Löffel-Liste heißt auf Deutsch, wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Begriff überhaupt eingedeutscht ist. Der Begriff stammt aber aus einem Film. Und leitet sich natürlich von dem Wortspiel ab, ähm, den Löffel abgeben oder im Englischen dann halt, take it to the bucket. Ähm, das Witzige dabei ist, dass dieser Begriff zu diesen mittlerweile schon echt vielen Mandela-Effekten gehört. Denn, dieser Begriff kam das erste Mal 2007 in diesem gleichnamigen Film The Bucketlist vor. Und beschreibt halt einfach, ja, wenn man ein Todesurteil sozusagen kriegt. Also, wenn man halt per Krankheit oder so nicht mehr lange zu leben hat, dann macht man sich so eine Bucketlist. Oder beim Weltuntergang. Und das sind halt alles Sachen, die man halt vor seinem Tod noch erleben will. Also, Dinge, die man dann halt absolviert, wie, was weiß ich, das erste Mal Achterbahn fahren, Bungee-Jumping. Können aber auch ganz andere Sachen sein, wie auf ein Konzert gehen und so. Und, äh, ja, die Theorie ist hier, dass dieser Begriff... Also, es gibt Leute, die behaupten, sie haben diesen Begriff schon vor 2007 benutzt. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil der Regisseur mit diesem Begriff das erste Mal halt in diesem Film... Ähm... ...diesen Begriff verwendet hat. Vermutlich, es gab ja den anderen Begriff, diesen Löffel abgeben, den gab's ja schon vor diesem Film. Und vermutlich vertauschen da einige Leute das. Wie bei vielen Mandela-Effekten, ne? Das Thema ist sehr spannend. Aber es gibt mittlerweile so vieles, wo die Leute glauben. Äh... Der ursprüngliche Begriff kommt ja von Nelson Mandela, der ja... Äh... Angeblich 2000... Äh, in den, äh, 60er Jahren... ...in einem Gefängnis in Südafrika, glaube ich, war's... ...gestorben sein soll. Das war aber nicht der Fall, denn der kam irgendwie dann... Also, die Todesnachricht kam erst, glaube ich, so 2012 oder so... ...dass der halt verstorben ist. Und einige dachten halt, der sässe... Äh, ja... Also, der wäre halt inhaftiert und in den 60er Jahren irgendwann gestorben. War er auch. Er war im Gefängnis. War natürlich ein Menschenrechtler, ne? Gegen Rassismus und so. Äh... Also, keine schlechte Person. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist das der Ursprung dieser Geschichte. Dass die Leute halt nicht wussten, dass dieser doch länger lebte, als man dachte. Und dass der auch gar nicht so lange im Gefängnis war, ne? Der wurde irgendwann auch Staatspräsident. Und das haben halt einige irgendwie verdrängt. Aber zurück zum Thema zu kommen. Ein anderer Apokalypsen-Film nenne ich ihn jetzt mal. Den ich sehr gerne schaue. Aber ehrlich gesagt noch nie ganz geschafft habe. Der geht auch viel zu lang, leider. Independence Day. Teil 1. Teil 2. Habe ich nicht geschaut. Habe ich auch keine Lust drauf. Aber Independence Day ist ein geiler Film. Ich mag den. Der ist auch schon relativ alt. Aber die Spezialeffekte sind immer noch top aus. Also... Nice. Aber er geht zu lang. Ich bin... Ich schlafe dabei immer ein. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, wie dieser Film richtig endet. Über das Ende sprechen wir gleich. Vorsicht, Spoiler. Also jetzt abschalten, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Es läuft heute gut mit Herrschaft, ne? Ja. Und ich schaue hier mal so ein bisschen falsch in die Kamera. Merkt ihr vielleicht, es ist eine neue Kamera. Eine andere. Ich will die mal testen. Damit er die, die ich im Stream benutze und im letzten Video auch benutzt habe, war ich nicht so zufrieden mit. Ähm... Pilot. Und ich weiß, dass da so eine Endschlacht gegen das Mutterschiff stattfindet. Und er fliegt da irgendwie, glaube ich, in den Kern dieses Schiffs rein. Und dann explodiert dieses Schiff. Aber wie es danach weitergeht... Also, der Film ist leider ein bisschen zu lang, obwohl ich ihn mag. Das ist voll komisch, ne? Ähm... Ich weiß nur, also dann kommt die... Irgendwann schlafe ich ein und dann bin... Wache ich halt wieder auf und dann ist diese finale Schlacht... Im Gange. Und dann sehe ich immer dieses Flugzeug, wie es halt da in dieses, ähm... Ja, Mutterschiff reinrast und das dann komplett explodiert. Also, er opfert sich quasi. Aber ich weiß danach auch nicht mehr, wie es dann weitergeht. Also, wie sieht dann die... Die Endscene sozusagen aus. Danach ist ja nicht vorbei. Dann wird ja noch ein bisschen aufgeklärt, ne? Der Präsident spricht vermutlich noch und so. Oder ist er gestorben? Der wurde ja auch irgendwie von einem Alien gekillt oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Muss mir den Film unbedingt nochmal anschauen. Äh, ich weiß nur, der zweite Teil ist dann verrückt. Weil die Menschheit benutzt dann die Technologie dieser Aliens. Und dann kommt es zu einer neuen Invasion. Und ja, das wird mir dann zu übertrieben. Der erste, das Original, ist echt gut. Aber auch wieder mal ein bisschen zu lang. Oder ich bin kein Fan von... Äh, also ich mag Apokalypse-Filme, aber... Innerlich bin ich kein Fan davon, wie es scheint. Finde ich an sich eigentlich langweilig. Ja, das ist auch ein ganz cooler Film über das Ende der Welt. Das ist zwar ein bisschen anders, ein anderes Ende als das Unvermeidliche, ne? Weil ich glaube, bei diesem Plattfest ist das Thema eher so... Äh... Ja, Naturkatastrophe, ne? Wenn die Sonne zum Beispiel jetzt erlischt. Oder so ein Meteorit auf die Erde knallt. Oder ein Vulkanausbruch. Das gibt's ja auch, ne? Gab ja schon teilweise der Geschichte der Vulkane, die den Flugverkehr in ganz Europa lahmlegte. Oder Pompeji ist ja auch quasi ein Weltuntergangsszenario. Zwar nicht, wo der ganze Planet stirbt. Aber dennoch... Es geht in diese Richtung. Ja, und dann darf man natürlich etwas nicht, äh... Etwas darf nicht fehlen. Und wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, denn... Majora's Mask. Wenn der Mond auf die Erde prallt. Ich glaube, es gibt sogar so einen Film, ne? Moonfall. Der ist relativ neu. Hab ich auch noch nicht geschaut. Aber es ist basically auch so ein Katastrophenfilm wie 2012, was ja auch... Das war zum Beispiel das richtige Endzeit-Szenario, das auf dieses Splatfest passt. Ja, weil da wusstest du ja, ah ja, im Dezember ist Schluss. Okay, was mach ich bis dahin? Dann hast du halt den ganzen Sommer Zeit. Oder noch länger. Je früher du informiert bist über... Das Ereignis. Ja, 2012 war wild. 2005 war echt wild. Geiles Jahr. Thema Nummer 1 war logischerweise der Weltuntergang am 12.12.2012. Was? Dieses Datum? Ich glaub schon. Und, ähm... Ja. Dann gab's natürlich die Abergläubigen. Und die haben... Ja. Vielleicht ein bisschen überreagiert und vielleicht so eine Bucketlist aufgestellt. Wer weiß. Äh, allerdings gab's natürlich auch eine Menge Medien dazu. Ja, es gab einen ganzen Film, der halt quasi vor Ende des Jahres noch erschien. 2012. So heißt er sogar. Kann man sich geben. Ist ganz okay. Ähm... Ich find die Musik geil in dem Film. Ich mag dieses 2012-Theme. Ja. Ja. Ich persönlich war relativ schnell... Ja. Also, ich war gar nicht... Äh, ich hab gar nicht an den Schwachsinn geglaubt. Und zwar halt einfach das Ende des Maya-Kalenders. Und die haben halt eine andere Zeitrechnung. Das ist die einfache Version. Aber ich hatte Leute in meinem Freundeskreis, die schon so manchmal mir sagten, ja, und was ist, wenn das jetzt doch so ist? Glaubst du, die Welt geht wirklich unter? Und ich denk mir halt so... Ja, auch wenn... Wir können ja nix machen. Weil das Ende der Welt kann ja alles bedeuten. Und man weiß ja nicht mal, was das Problem ist, ne? Explodiert einfach der Planet? Oder... Wird es ultra kalt? Kommt ne neue Eiszeit? So, das letzte Match würde ich auch ganz gerne gewinnen. Es läuft gut mit deiner Waffe heute. Aber, ja, die da sind ein bisschen hartnäckig. Ja, was ist denn... Das ist ja so eine doofe Frage, aber was ist denn euer Untergangsszenario, was ihr euch wünschen würdet, wenn die Welt untergehen würde? Schneller, langsamer Tod. Oder mit nem richtigen Knall. Und, was ist euer Team? Habt ihr schon ne Entscheidung? Weil ich weiß, als ich gesagt will, ich werde nicht für die Weltretter stimmen. Bucket List klingt verlockend, aber... Ja, einfach chill sein und... Den ganz normalen Alltag. Also, das heißt, dann würde ich halt... Bis zum Ende der Welt einfach live auf Twitch sein. Also, ein Vorteil für euch. Und, ja... Dann ist irgendwann Ende im Gelände. Ah ja, und schaut euch diese Filme an. Don't look up, zumindest. Das ist ganz gut. Also, richtig gut dargestellt, wie so ein Untergangsszenario in der heutigen Zeit aussehen würde. Wenn man früh genug vorgewarnt ist. Ja, weil es... Ich bin ja der Meinung, wenn der Planet irgendwann... Also, irgendwann wird es ja soweit sein. Wir erleben das nicht. Keine Angst. Aber irgendwann in Millionen Jahren... Das ist ja schon vorberechnet und wissenschaftlich belegt, dass die Sonne zum Beispiel irgendwann stirbt. Und... Ja, das gibt es natürlich uns auch nicht mehr. Ja, wäre schon cool, doch sowas mitzuerleben. Das ist die letzte Menschheit zu sein. Aber du kannst halt nichts machen. Was will man in so einem Szenario dann machen? Heutzutage geht vermutlich noch nichts, aber... Auf so einem Szenario bereitet man sich ja auch nicht vor. So, wir haben die Führung. Ich finde das echt gut. Oder man kann sich ja auch nicht vorbereiten. In Don't Look Up gibt es zwar... Einen Plan. Und ich glaube, wenn ein Meteorit auf unsere Ära zum Pluralt haben, haben wir sowas auch vorgesehen? Oder bei den Avengers hat man ja sogar so einen planetarischen Schild aufgebaut. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber... Ja. Das sind halt alles so Gedanken, die die Leute so haben. Ich würde jetzt nicht sagen, in dem Alltag. Aber wenn man schon mit dem Thema konfrontiert wird, ist es doch sehr interessant, darüber zu reden. Auch wenn es ein bisschen unangenehm sein kann. Gut, Freunde, das war es aber für heute. Mehr dann, wenn das Thema dann auch erst im Spiel ist. Wie gesagt, heute gab es nur eine Message auf Twitter. Also wir haben genug Zeit zu entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.